So, wir sind wieder da, ähm, haben es gleich mal verkackt, ja, Mann, das brauche ich, 14 Äpfel sind definitiv zu wenig, für Jafar brauchen wir viel, viel mehr, ähm, 15 sind auch immer noch zu wenig, bei Jafar gibt es zwei Äpfel, aber die zu holen ist eigentlich verdammt nervig, aber egal, wir bekommen das jetzt irgendwie hin, wir bekommen das jetzt hin, Nein, du sagst mich nicht ein Du bist ein verdammtes Arschloch Scheiße Schüchel Schüchel Schüchel... sofern das irgendwie geht bemühen wir uns gleich dass wir das auch schön schaffen dass wir auch genügend Äpfel bekommen so dass wir dann ausgedient haben bei Jafar Scheiße gar kein Problem ist das Aladdin wir schaffen das Scheiße der war das war ein dummer Treffer und rüber und rüber und nehmen und pepper verdammt man ja die Gegner nerven warum sie jetzt auch für Jafar arbeiten vielleicht weil er der Sultan ist oh lolololololol colleagues so es klingelt so dann wird es mir egal ehm ich will einen Leben definitiv will ich das Was für... Dieser dämliche Teppich. Dieser verfickt dämliche Teppich. Er kotzt mich an. Irgendwann geht der doch bestimmt kaputt. Alter! Ja, Iago! Arschloch! Oh, sorry. Den einen triffst du und den anderen nicht. Ah, das ist so doof. So dumm ist das. Bastarde. Puh. Puh. Nein. 20 Äpfel. Das... klappt nicht. 20 Äpfel sind zu wenig. Egal. Probieren wir es. Ja, genau. Leck mich. Mit dem Schwert kann ich ihn nicht treffen, wie ihr wahrscheinlich eben gesehen habt. Scheiße. Weil er schleuert mich dann sofort weg. Das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Oh. Oh. Was soll denn das? Das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Amos. So, dann. Dann flieg, Teppich, flieg. 16 Äpfel, das ist nicht gerade weniger, äh, mehr, meine ich. Versuchen wir jetzt eben mit der Taktik. Er will nicht down gehen. Komm schon. Ja! Verdammt, gut. Puh. Haben's geschafft. Jafar ist besiegt. Wir haben ihn mit Äpfeln gefüttert, bis er umgefallen ist, bis er voll Fettheit, Fettleiblichkeit mit Platz ist. Wir haben unsere Prinzessinnen erhalten, haben sie abgeknutscht. Sehen den The End Bildschirm und den Abspann und die Musik und David Perry und... Wenn die Aufnahme jetzt voll im Arsch war, dann fickt man ihn. Ja, Spontanprojekt, Replay mitten in der Nacht, gestern zumindest. Beute beendet. Gibt doch nichts Schöneres. Anleitere Ausflug in die Kindheit beendet. Eine weitere weiter Flasche leer getrunken. Mehr Frust abgebaut. Was will man mehr? Der letzte Kampf war eben ein bisschen holprisch. Ich hab ein bisschen wenig geredet, aber das soll nicht so schön sein wollen. Und, äh, ja. Ja, Abspannen, nochmal... Abspannen ist jetzt Part-Füller. Wie viele Parts waren das jetzt? So 5 bis 6 so rum? Oder waren es doch weniger? Keine Ahnung, ist egal. Schnelle Spiele, schnelles Replay. Das nächste steht schon in den Startlöchern. Äh, ja, das nehm ich gleich im Anschluss auf. Und, ja. War die Maus im Bild? Nein, gut, gut. Nichts, nicht so wie bei Castlevania Part 7 oder so. Ja, Maus im Bild. Toll. Mehr Abspannen. Geil. Und von keinem einzigen hast du später nochmal was gehört. Selbst die Musik fängt nochmal an. Da ist Justin Heber. Der Bruder von Justin Bieber. War nicht lustig. Scheiße, danke schön. So, Abspann. 1993. Ja, mein Geburtsjahr. Und damit verabschiede ich mich. Ciao. Bis zum nächsten Mal.